Freust du dich, wieder hier zu sein? Ja, da werden lauter schöne Erinnerungen wach. Vielleicht wird mein Lieblingsort unser Lieblingsort. Wer hat dich da unten ganz allein gelassen? Chauncey und ich spielen was Neues. Aufgaben für eine Schnitzeljagd, super. Chauncey sagt, du darfst nicht mitspielen, weil du ihn im Stich gelassen hast. Ich brauch was Fröhliches. Da hab ich was. Ich dachte, Insekten machen dir Angst. Wenn ich alles geschafft hab, will Chauncey mir was zeigen. Den Ort, wo er herkommt. Etwas, das weh tut. Alles! Verbringst du viel Zeit mit deinem neuen Freund? Er wollte, dass du dir selbst wehtust. Das war Teil des Spiels. Würde ein guter Freund so ein Spiel spielen wollen? Vielleicht sollte ich nicht mehr mit dir spielen, Chauncey. Vielleicht sollten wir keine Freunde sein. Nein, 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 nein. Alice? 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 Sie ist verschwunden. Aber wir werden sie finden. In jeder Kultur gibt es Wesen, die Kinder vereinnahmen. Wir nennen sie imaginäre Freunde. Du hast immer mit deinem imaginären Freund gespielt. Wird ihre Verbindung getrennt, bricht das Wesen in blinde Wut aus. Er sagt, er steht genau hinter dir. Kann ich auch mit deinem imaginären Freund abhängen? Er ist nicht imaginär. Und er ist nicht dein Freund. Das ist nicht dein Freund. Und er ist nicht dein Freund. Er ist nicht dein Freund. Und er ist nicht dein Freund so ein verrückter Hund. Wenn IF rauskommt, vielleicht auch wieder in Alles steht Kopf 2 und hier in Imaginary, in einer Art Horrorversion, dessen Trailer wir gerade gesehen haben und den uns Leo 9 voraussichtlich ab dem 14. März in die deutschen Kinos bringt. Horrorfilm und Thriller, in dem Jason Blum im Hintergrund wieder mit Blumhouse produziert, der sehr viele Stoffe anpackt. Manches davon gelingt, anderes wiederum nicht. Und hier bin ich so ein bisschen unsicher. Am Ende kriege ich leichte Saw-Vibes, wenn der kleine Teddy anscheinend sich so langsam nach vorne bewegt. Im stillen Gang ist natürlich die Grundstory, dass ein Kind ein Spielzeug findet und ein böser Geist darin existiert, der vielleicht auch letztendlich in das Kind hineinfährt, das dann auch verschwindet, hier in Form von Alice, einem kleinen Mädchen, die eigentlich ein neues Zuhause erlebt, weil Jessica, die mit dem neuen Mann Max und deren besten beiden Töchter in ihr Elternhaus zieht und da im Grunde auf Chauncey trifft. Das kleine Teddy-Spielzeug aus der Kindheit, das ein bisschen böse ist, dass man es zurückgelassen hat und anscheinend mit einer kleinen spielenden To-Do-Liste oder Schnitzeljagd geht es darum, Sachen zu tun, die eben auch ein bisschen wehtun können und dann vielleicht auch alle anderen beeinflussen. So ein bisschen schwingt für mich hier schon auch so ein Trash-Faktor durch, zumindest was den Trailer anbelangt. Weiß ich nicht, ob mich das wirklich kriegen wird, aber ganz ehrlich, sind die Erwartungen unten, kann man überrascht werden. Ein Teddy alleine, ich weiß nicht unbedingt, ob das für mich am Ende funktionieren oder reichen wird, aber es gibt ja dieses creepy Wesen dahinter. Zumindest setzt der Trailer aus meiner Sicht nicht zu sehr auf Jumpscares, aber auch die Atmosphäre, die es für mich bräuchte, um zu sagen, muss ich sehen, lässt sich auch noch nicht greifen. Deswegen bin ich skeptisch, packe gern ein, zwei Fragezeichen hinter Imaginary, was den Trailer angeht, aber vielleicht kann der dann was im Kino. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.